Mein Name ist Holger Ringel. Ich bin Sabine Ringel. Wir betreiben gemeinsam das Bestattungsinstitut und Trauerhaus Ringel in Buxtehude. Seit über 30 Jahren betreuen wir Angehörige während eines Trauerfalls, vor einem Trauerfall und auch danach. Die Nachsorge ist uns sehr wichtig. Es gibt noch so viele Fragen, die hinterher auftauchen und da kann man uns gerne anrufen. Was sehr wichtig ist, wir stellen auch die Anträge für die Rente, Hinterbliebenenrente, Witwenrente, Dreimonatsrente. Alles was wichtig ist nach einem Trauerfall, bearbeiten wir. Wir sind jederzeit für Sie erreichbar. Wenn Sie später Fragen haben, ruhig anrufen. Nur dadurch, dass man eine Rechnung gestellt hat, ist man noch lange nicht vergessen, sondern wir sind immer noch da. Rufen Sie uns an, scheuen Sie es nicht. Wir sind jederzeit erreichbar. Unsere Telefonnummer sehen Sie eingeblendet. Wir sind Holger und Sabine Ringel. Wir haben ganz viele Leute, die rufen mich an und sagen, Herr Ringel, ich habe keine Kinder, wissen Sie, bei mir quietscht die Tür. Dann gehe ich mit der Ölkanne hin und öle die. Tatsächlich. Also es ist wirklich hinterher immer noch ein reger Kontakt da. Und der ist wichtig. Mein Mann ist nicht mehr da. Wer macht denn bei mir den Winterdienst? Genau. Da wo man zuhören kann, da musst du einschreiten und das ist wichtig. 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 Das ist wichtig.